Das ist ein Dino-Hund. Okay, aber der ist ein Sieg, weil er sieht nur fruselig aus. Oh, ich darf mir von hier aus porten. Also ich bin hier ja gar nicht gefangen. Was ist das für Filme? Was? Joa, der Wu an drei. Das ist ein Ability. Hab ich gesehen. Das sah genauso aus. Was mir gefällt, der Spawn hier eigentlich viel besser so direkt hier vor. Aber ich glaube, wir reiten einfach mal kurz eine Runde und gucken mal, was uns da so erwartet. Boah, aber unter Ausrüstung muss ich mal ganz kurz. Warte mal, ich kann doch mit C dich das sowieso rufen. Ne, C ist drucken. Da ist jemand zum Reden. Alter. Da ist jemand, ich bin da. Ich bin da. so du dino weg ich finde diese flammenkrallen die sehen so cool aus gucken wir uns mal hier in der gegend ein bisschen um was haben wir hier so kräftig immer gruseliger hier ich dachte wer ist eine pflanze wo sind wir hier ein land von unserer zeit mit dinos und so weihnachtsmann und schwarz auch wenn ich den messen flattervieh nein das will ich nicht ich 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 Joooooo Okay, seid normale Viecher Okay, soll ich hier irgendwie so eine Nadel finden? Natürlich gibt es hier auch noch mal ein XXL Mann, ich will einfach nur absteigen Hey, hey, hey Ist verfliehen Mücken, ist verfliehen Oh, das ist explodiert Oh, was kommt denn da aus? Ich will es gar nicht wissen Was habt ihr fahren zu bedeuten? Irgendwas, was ich umbringen will wahrscheinlich Bin hier gerade so eine Mischung aus, ich sollte nicht hier sein Und Ach du Scheiße, ich will nicht hier sein Oh, dass wir ja so einen Groß haben mit dem Schwert Nee, zu dir gehe ich nicht Guck dir ruhig die Umgebung an Kennen ist ein Dino Wir sind echt am Land vor unserer Zeit Mit der Jurassic Park oder sowas Das ist eine Karte Ah, hier gibt es auch schon andere Rüstung Wir könnten der Schwarze Ritter sein Verkauf jetzt erstmal Oh, ich weiß nicht, was ich verkaufen will hiervon Oh, ich weiß nicht, was ich verkaufen will hiervon Ja, ich weiß nicht, was ich etwas denn scène Ich habe den ganzen Tag zuvor Ich bin 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 Ja. Der Kriegskasche, ja? Da kann ich das machen. Okay, ich hab nichts wirklich zu verkaufen, aber... Wie ist das eigentlich, muss ich mal im Vergleich haben? Äh... 3,1, dann ist der Helm, den ich dann... Weil ich hab doch auch irgendwie so Rüstung gedöhnt bekommen. Genau. Ja, was besser ist als meine. Wohl nicht wirklich. Ja, ein bisschen doch. Aber ich weiß nicht, wie wir das haben, weil ich mag ja... Wie so ein Samurai aussehen ist hier. Was ich meine. Moment, ich geh mal gut bei dir raus. Ausrüstung. Helme. So. Für mich. Ich hab dich mal gut bei dir drauf. Ich hab dich mal gut bei dir auf. Und hast du jetzt mal auf. Ich hab dich mal gut bei dir drauf. Also, das war ja gut bei dir drauf. Und hast du auch mal richtig viel? Was ich ganz einfach? Ich habe dich mal gut. Also, da war ja. Ich hab dich mal gut bei dir drauf. Was ich wissen? Wie war das? Jo. Ja komm, verkaufen wir den Rest. Werde ich es bereuen? Ich weiß es noch nicht. Kann ich auch hier die Sachen verkaufen? Ja. Das darfst du haben. Das darfst du haben. Das darfst du haben. Das darfst du haben. Kannst du auch haben. Dann stopp, hier darf man auch was haben. Ich nehme das auch mit. Das darfst du haben. Das darfst du haben. So starke Bolzen. Ich kann erst mal ein paar Pfeile kaufen. Weil ich gucke, was ich mir leisten kann. Wir können uns... Ne, das will ich alles nicht haben. Aber wir können einen Bogen holen. Ja komm, wir können uns erst mal richtig Pfeile. Ich hoffe, dass wir mal eine Ausrüstung kriegen, die cool aussieht. Ich denke, das ist noch ein Haus, ne? Let's go to the house. Okay, da ist wieder so ein Dinohund. Mehrere Dinohunde. Da frisst ein Dinohund. Hi. Ob ihr's glaubt oder nicht, das war jetzt nicht der Plan. So. Mein Handy hat vibriert. Um was geht's? Ich bin gespannt. Jo, ich bin direkt bei so'n... ...wow, wow. Wow. Hilfe. Wir haben eine ganze Menge zu killen. aber ich muss euch nicht gehen weil ich kann einfach was geht denn jetzt ab wer ist jetzt feind und wer ist freund ich habe mich alle gegenseitig glaube ich dass euch kämpfen okay nicht gut wenn ich da einmische okay interesting was hier abgeht das ist interessant also hier sind menschen noch weitere menschen dieser land von unserer zeitgegend im jurassic park und die kämpfen ich So, ich weiß auch nicht genau, was meine Mission hier auf dem Schlachtfeld ist oder auf welche Seite ich mich verschlage. Aber ihr seid alle irgendwie böse, also mach ich euch alle weg. Venus haltet mir kurz den Rücken frei. Wir sind hier so ein paar Leute, die Aufmerksamkeit schreien. Alter, was geht hier ab? Hier eskaliert einfach mal alles. Weiter! Also ich kann mich schnell entlasten, aus Versehen. Weil ich auch wusste, dass das passiert. Ich weiß, dass ihr stark seid, aber lasst mich jetzt mal bitte, mal weiß ich was machen. Das ist wild. Vielleicht soll ich einfach Pferdchen in der Wache machen und einfach davon lasen. Oder mit dem Bogen können wir ja... Ja, komm, wir lassen miteinander kämpfen, wir schießen den Bogen drauf. Und mit den Ruhnen kaufen wir einfach neue Pfeile. Ja. 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 Das war's. Das ist ein Igel oder sowas. Das war's. 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 Das war's.